Beim Sport habe ich folgende Dinge gelernt und zwar zum einen Disziplin, dass man, wenn man eine Sache gerne erreichen möchte, sie mit Disziplin verfolgen muss, dementsprechend auch Ehrgeiz haben muss, um diese Ziele erreichen zu können, sehr willensstark sein. Auf der anderen Seite muss man aber auch sozial, menschlich bleiben. Der Erfolg geht nicht über alles.